Das ist die wahre Chefin im Bundestag. Im Bundestag wird sich manchmal gezofft, was das Zeug hält. Ständig muss irgendwer zur Ordnung gerufen werden. Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. 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 Oberste Ordnungshüterin ist sie hier, Bärbel Bass von der SPD. Sie ist die aktuelle Bundestagspräsidentin, repräsentiert den Bundestag nach außen und leitet zudem mit ihren fünf Stellvertreterinnen und Stellvertretern die Sitzung des Parlaments. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Und sorgt eben auch für Ruhe im Saal. Bevor die Wörter rotzen und kotzen hier inflationär weiter gebraucht werden. Jetzt mal wieder Ruhe im Saal hier. Alle mal wieder ein bisschen beruhigen. Und wie wird man Bundestagspräsidentin? Das kann theoretisch jede oder jeder Abgeordnete werden. Jedes Mal, wenn ein neuer Bundestag gewählt wurde, wählen die Bundestagsabgeordneten in einer geheimen Wahl eine neue Bundestagspräsidentin oder Präsidenten. Normalerweise kommt die Person deswegen dann auch aus der stärksten Fraktion des Bundestags.